einen wunderschönen guten tag und alles kommt zu einer weiteren let's play die sims 2 freitag mit unserer lieben punny jones ja warum punny ich habe keine ahnung aber macht ja nix ja und wie geht es überhaupt energie Ja, das muss noch ein paar, oder? Check mit deinem. Ja, super. Dann kann ich schon mal... Start... ... und gehen. Ja, bevor du starten, okay. Lass immer wieder. Geht mal bitte. Danach kann ich schon starten. Ja, ähm... Ich hatte vor der Faust etwas größer zu machen. Die ist cool. Die rechnen eigentlich da? Ja, die haben doch aber schon bezahlt. Uah! Was? Äh, der ist ein Problem hier unten. Hast du Probleme? Torben, Langer. Oh, komm, geh ans Telefon mal. Ja, voll. Dann hörst du mal die Musik hier ausschalten. Ich bin jetzt schon unterwegs. Ja, ja. Ja, komm. Ja, hallo? Ja, ich rache noch nichts. Dann kannst du... Lass du noch nicht? Dann kannst du was essen. Oh, Kubla! Das ist nicht so. Ähm, machen wir noch nicht so. Ähm, mal ich. Lugna. Lugna, blander dich! Nein, nein. Ja, das meint nicht auch. Ja... Dann lass dich männer machen. Aber... Auf geht's. Tschüss! Oh, gleich besser. Auch für die Ohren... was ist passiert danach kannst du hier mal den simonienbaum ernten ein paar euros vom baum weiter cool wenn man so ein baum wirklich geben würde die folge wird heute auch mal nicht so lange weil ich auch keine zeit habe ich habe gerade 200 auch genug da muss ich noch bearbeiten dann ja gucken ob sie wieder das haus anbrennen lässt ich hoffe nicht und hat ein fälligkeitspunkt der reiht ein kochpunkt bitte dass das haus nicht schon wieder anbrennt ich hatte gerade nur den ofen gekauft ich habe mich am lieb super du lässt das mal nicht anbrennen in der dunkel ähm was hast du nach dem ernten kannst du aufs klöchen gehen danach spaß hast du okay mit dir kann man auch nicht so viel machen gerade ein simonien auch cool wer muss eigentlich da drüben dieses im freizeitsplatz hochweg ist ein leeres grundstück ach so es ist ein leer ein leeres grundstück das sieht doch ein haus keine ahnung es ist unlogisch ich verstehe es nicht ruckeln es ruckelt warum ruckelt das hör auf ich hätte eigentlich ansonsten auch was aufnehmen können nach müssen habe ich aber nicht daran gedacht habe ich total verpasst und dann wurde es auch irgendwann zu spät dann wollte ich so um drei uhr nachts aufnehmen das ging aber nicht weil ich mich über dumme youtuber geärgert habe also von youtube also nicht die ich abonniert habe oder so einfach nur so die ich mal so geguckt habe die jahre Prozent ja das ging jetzt schnell was möchtest du jetzt noch 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 um umgebung um das hier war mit dem baum okay du musst jetzt entspannen um wie ist denn noch mal wir haben 1290 modien sie brauchen ein bisschen mehr um ja kannst du mal was abend essen und mit käse zu kosten noch mal spaghetti du brauchst jetzt nicht spielen du brauchst spass genug ja komm du hast noch zu essen machen danach kann das hier aufräumen ich glaube die brauchen so'n tisch hier Äh, das hört sich irgendwie ein bisschen falsch an. Äh, ja, das war jetzt echt komisch und falsch. Penny hat genug Begeisterung fürs Kochen entwickelt, um mit anderen Sims darüber zu reden. Ja, äh, nett, cool. Ja, hi. Das ist ein Geräusch. Der Kücher macht komische Geräusche. Ja, ach, keine Ahnung. Ja, super. Super. Toll, überhaupt nicht ekelhaft. Wenn Leute dann auch Kopfhörer aufhaben wie ich, dann hört sich das ja noch besser an. Na, jetzt kannst du deinen Rauch aufräumen. Ja, oder nehmen dann direkt mit. Ja, spül ab. Was machst du? Abspülen. Machst du doch was. Ähm, kannst du den Baum ernten und dann, ähm, kannst du Essensvorräte überbrüchen. Ja, geil, ne? Ich hätte ja auch gern so einen Baum. So wieder. Plus eins. Ähm, was ist denn der? Der Kühlschrank der Marke Echo, aktuell auf 381. Brüche Lebensmittel 0. Oh. Gesamtkapaz... Oh, 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 oh. Äh, Lebensmittel bestellen. keine Lebensmittel im Kühlschrank oh oh das ist nicht gut oh wenn wir dann arbeiten gehen ja gut für 88 können wir kaufen mehr haben wir nicht und ja hab ich mich jetzt erschrocken oh wie kommt der Lieferant gleich kannst du nicht eigentlich mal was anziehen zu Grundstück gehen Neurofee trinken was war das möchtest du machen Chat mit Sandra ja kannst du machen was ist hein das ist doch zu schreiben vom kompon 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 kommst du mal nrück Nissen die Musik erlte du machst, ey hallo, Lieferung tanze, hör auf zu tanzen, nimm dein Essen in Empfang, danach kannst du das hier ausschalten, weil es mich total nervt, ich glaube, mit meiner Community nervt es genauso, wenn ich die Musik anmache, ja, äh, ja, okay, anstatt du erst das Essen hier annimmst und dann die Musik ausmachst, nein, erst, erst, erst ist die Musik aus, dann du ausmachst, oh mein Gott, meine, Penny, 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 kannst du bitte mal deine Scheißlieferung annehmen, du kleine, die Frau, wer ist die, Marianne, Marianne, äh, Junghans, ja, okay, äh, Junghans, gut, äh, Mann, 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 nun was mir noch hier zu schaffen, tch, irgendwie unlogisch, nachher, was soll man, was war das für ein Rollen, das wohl, ich nehme es mit die Tante, und, ja, die Fähigkeit, was, fragen wir mal für Penny, wenn wir in Weihnachten hier, ach, was, 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 Hauptstraße, ne, ich will nicht zur Hauptstraße, ach so, ich hab hier draufgeklickt und dann bin ich satt, was sollt auch, Energie, kannst du nochmal vor der Arbeit duschen, noch schneller, wir haben viel, ach so, okay, ja, ja, okay, ich hab nichts gesagt und, ja, ah, Mann, 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 warum können wir nicht eigentlich ein bisschen zur Arbeit gebleiben, das ist doch cool, hm, danach kannst du nochmal so, ja, der hat Bäumchen gießen, aber irgendwie unlogisch, die Anlage, und hier, 20.000 CDs, die man noch nicht mal, äh, abhören, also, die man noch nicht mal hören kann, wow, du hast dir was angezogen, wow, äh, äh, Reparieren, beeile dich, bevor deine Fahrgemeinschaft kommt, dann kommt ja nicht der Postbord, um die, äh, Rechnung abzuholen, ja, Mann, oh, nein, warum, ja, hoch, diese Schrottkarre, ne, beeil dich, bewege deinen hässlichen, dicken Hintern schneller, ja, ja, gut, Mann, ich komme ja schon, na, du siehst, dass die Tür aufgeht, dass ich mich reinsetzen will, boah, Arschloch, ja, äh, wie das Ding einfach mal hier so eiskalt abtuckert, ey, äh, danach kannst du, ähm, einfach mal gucken, ja, ja, hoch hab ich mich, äh, um 10 Uhr, ne, was, Penny wird als Gedi, äh, für Stefan Langhagard, Garp, den Chef der Landgrab GmbH eingesetzt, Landgrab schlägt, den Ball beim zweiten Schlag, ist etwa 6 Meter vor Grün, entfernte Rauk, keine Ahnung, danach werden, äh, Penny zu, und fragt die, ob er nun besser, ein neuer, neuner, Eisen oder Mini-Golf, ach du, ich hab gar keine Ahnung, wir können ja auswählen, keine Ahnung, äh, ist mir doch egal, ich sag jetzt keine Ahnung, warte, ja, gut, ich hab, äh, plus 50 Dings gemacht, oh, äh, ja, äh, gut, du, äh, das war grad, äh, Bedürfnis der Energie, du kannst aber danach noch mal, ähm, frühstücken, ja, ich glaub nicht mehr, Penny wurde befördert zur Tankstellenwarterin, war, Teamwarterin, okay, Penny muss ab sofort von 22 bis 3 Uhr arbeiten, Penny hat heute 154 im Monat verdient, und erhält einen Bonus von 308 Dämonians, super, ja, gut, läuft, was? Mal kurz hierhin, aha, sowas nennt man also ein Fertiggericht, ähm, ja, nice, komm, mach schneller, ich hab gesagt, du sollst schneller essen, trinken, keine Ahnung, was du da grad machst, gut, da kannst du das wegschmeißen, achso, was ist das hier hinten eigentlich, keine Ahnung, ja, hopp, ja, also, na, diese Frau, so, hopp, gut Nacht, gut, gut, ja, meine Lieben, das war's wieder von der Folge, wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge, und am Dienstag kommen halt gleich drei Sachen, und wir machen einmal das YouTube, äh, YouTuber, Dorf, Penny, und ein Community-Projekt, und das Community-Projekt wird als erstes hochgeladen, und ja, ich würde sagen, das war's, wir sehen uns dann am nächsten Let's Play wieder, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, tschüss, euer Vennusfloh. und das war's,